Hallo liebe Kinder! Wir sind wieder da! Sero und Pia, Molly und Tom. Wir freuen uns, dass ihr heute auch dabei seid. Wir haben ein Fingerspiel für euch. Wir hoffen, es gefällt euch. Seid ihr bereit? Wir wollen es ganz laut hören. Seid ihr wirklich bereit? Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Papa Finger, Papa Finger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht's dir? Mama Finger, Mama Finger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht's dir? Bruder Finger, Bruder Finger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht's dir? Schwester Finger, Schwester Finger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht's dir? Baby Finger, Baby Finger, wo bist du? Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht's dir? Hey! Super! Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis dann! Tschüss! Ciao!